So, wir sind bereit. Wir waren gerade beim Corona-Test. Das war mein erster Corona-Test. Die Nase ist noch dran. Du hattest schon das Vergnügen. Ja, ja. Und jetzt müssen wir uns bereit machen, dass wir gefilmt werden für ein Stream-Projekt der Stadt haben. So, das Equipment ist zahlreich dafür, dass wir nur zwei Leute sind. Und das hier ist erschreckenderweise das Gefäck von einer Person. Und zwar von mir. Stark geschminkte ältere Dame verlädt ihre merkwürdige Deko. Kevin guckt auch schon mal, was so los ist. Gerade lief ein Interview. Darum können wir jetzt noch nicht rein. Musik 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 Wer ist die kleine Sarah? Das ist das Hafenkind. Musik 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 Kevin entspannt sich. Musik 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 So sieht das ganze Elend jetzt aus. Sarah sitzt schon an ihrem Platz, wo sie hingehört. Hier sind die Kameras. Und Kevin ist wach geworden und denkt sich, ich achte schon mal drauf, dass hier keiner Scheiß macht. Die Bühne ist fast fertig. Gemeinden Never Last. Was ist das so? da sind wir gespannt was was jetzt da rauskommt unsere deko steht immer da kevin steht wie eine 1 ja draußen die jungs wollen auch weg die wollen auch weg können sie aber nicht weil wir noch nicht stehen wir verabschieden uns jetzt genau leider muss jetzt alles wieder auf den studio nach wohnen kevin steht ganz vorne und wartet schon dass es los geht gute nacht ja 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 Untertitelung des ZDF, 2020